Moin, Benji hier. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich grüße euch. Heute mal ein kurzes Video und zwar geht es um den Statuen-Community-Wettbewerb. Hier könnt ihr basierend auf so einer Silhouette einen Beitrag einreichen, ungefähr maximal zwei pro Teilnehmer. Und die könnt ihr an die folgende E-Mail-Adresse natürlich einsenden. Alles dazu noch unten in der Beschreibung bzw. auf der Anu-Union. Und wir können unsere Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe auch schon eine Idee, die erzähle ich euch gleich einmal, aber erstmal zu den Regeln. Wir haben bis zum 14.07.23.59 Zeit, unsere Beiträge einzureichen. Maximal zwei pro Person, PNG, JPG. Unsere Kreativität ist kein Grenzen gesetzt. Wir können die Silhouette ausdrucken, draufzeichnen oder halt digital das alles machen. Es sollte mehr oder weniger zum alten Rom passen. Und ich meine, es ist ja klar, KI-Tools sollten nicht verwendet werden und natürlich auch nicht die Rechte Dritter beschnitten werden. Es werden fünf Figuren ausgewählt nachher am Ende von einem Community-Team. Und eine Abstimmung wird dann vom 22. bis zum 28. Juli stattfinden, die dann von der Community abgehalten werden. Und die Community entscheidet dann, welche Statue reinkommt. Ich habe was vor und zwar möchte ich Sebastian Thun, der war ja damals der Community-Manager von Arno 1800, ihn halt ins nächste Spiel reinholen als Dank. Ich versuche einfach irgendwas zusammenzuschnippeln mit Photoshop, das da reinzusetzen und hoffen, dass wir dadurch ein gutes Layout kriegen für die Statue von Sebastian Thun in Arno 117. Es würde mich freuen, wenn das klappen würde. Wie ist eure Meinung zu dem ganzen Wettbewerb? Habt ihr auch schon Ideen? Schreibt die mal unten rein. Ja, ansonsten freut ihr euch auf Arno 1700. Sagt mir Bescheid. Und falls ihr die nächsten Beiträge nicht verpassen wollt, folgt mir, abonniert einfach diesen Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Benji.